Geschäftlich könnte es für die Moderatorin Viktoria Swarovski nicht besser laufen. Alleine 5 Millionen Zuseher verfolgten die Auftaktshow zur neuen Let's Dance Staffel. Das Privatleben scheint jedoch darunter gelitten zu haben, denn wie schon seit langem gemunkelt wird, haben sich Swarovski und ihr Ehemann Werner Mürz tatsächlich getrennt. Das bestätigt das Management jetzt gegenüber Bunte. Viktoria soll bereits aus der gemeinsamen Villa in München ausgezogen sein. Ja, Viktoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen, heißt es. Sechs Jahre lang waren die beiden verheiratet. Swarovski sprach öfters von ihrem Kinderwunsch, doch immer wieder sind Gerüchte aufgekommen, dass Swarovski und Mürz gar kein Paar mehr seien. Jetzt haben die Fans Gewissheit.